Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist Melanie. Melanie hat eigentlich ein ganz normales Leben mit einem gut bezahlten Job, einer kleinen Familie, einer schönen Wohnung und Eltern, die in der Nähe wohnen. Leider ist aber eben diese Normalität für die meisten Menschen, genau wie Melanie, eine große Herausforderung und mit vielen alltäglichen Hindernissen verbunden. So kann Melanie zum Beispiel ihrer Vollzeitarbeit nur nachkommen, weil ihr Chef ihr zeitweise Homeoffice sowie Arbeiten auch zu ungewöhnlichen Ortzeiten erlaubt. Während Melanie im Büro ist, weiß sie ihre beiden Kinder in einer Tagesbetreuung-Ganztagesschule in guten Händen. Die entstehenden Mehrkosten dafür kann sie von der Steuer absetzen. Trotz ihrer Arbeit und den Kindern muss sich Melanie auch keine Sorgen um ihren pflegebedürftigen Vater machen. Dank einer guten Versicherung ist er finanziell abgesichert und gut versorgt. In Notfällen kann Melanie aber jede Zeit auf Verständnis und Entgegenkommen ihres Arbeitgebers zählen, der auch sehr entgegenkommend bei zum Beispiel Krankheiten ihrer Kinder ist. Bei der Geburt ihrer Kinder konnte Melanie viel Stress vermeiden, da sie gut informiert und vorbereitet war. Vor und nach der Geburt erhielt sie auch viel Hilfe von ihrem Lebensgefährten. Um es allen Menschen in der schwierigen Balance zwischen Arbeit und Familie so leicht wie Melanie zu machen, gibt es die neue Plattform familie- und beruf.online. Denn dank umfassenden, zuverlässigen und zeitgemäß verfügbaren Informationen, Kontakten und Tipps, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017